Smart Home. Mittlerweile in aller Munde. Smart Home bietet Chancen und Risiken hinsichtlich des Energieverbrauchs. Die Chancen sind, weniger Energie zu verbrauchen. Wodurch? Dadurch, dass Sie besser Bescheid wissen, wann und wo Sie in Ihrem Haus Energie verbrauchen, haben Sie auch die Möglichkeit, hier einzusparen oder durch Automatisierung den Betrieb von Geräten auszuschalten. Risiko? Smart Home bietet auch die Gefahr, einen Mehrverbrauch zu haben. Warum? Weil alle Geräte, die im Smart Home verbunden sind, natürlich auch Stromverbraucher und hier einen Dauerverbrauch über das Jahr erzeugen. Daher liegt es in Ihrer Hand, durch eine vernünftige Auswahl der Anzahl und des Umfangs von Smart Home, ein Optimum aus Information, Automatisierung, aber auch sparsamen Energieverbrauch zu erreichen. Smart Home bietet auch die Chance, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage des Hauses bestmöglich zu nutzen, indem Sie den Strom, den diese Photovoltaikanlage erzeugt, bewusst einsetzen, zum Beispiel um Warmwasser zu bereiten. Smart Home und die neuen Zähler, die Smart Meter, sind eine sehr gute Kombination, denn dadurch können Sie dann Strom nutzen, wenn er im Überschuss verfügbar ist oder eben im umgekehrten Fall Strom sparen, wenn er knapp ist. Was ist die Möglichkeit, die Strom zu nutzen?